Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir eine Runde Hangman, aber Freunde, ich weiß nicht warum. Joschka und Pappteller haben hier zwölf Wörter eingebaut. Deswegen können wir das diesmal ein bisschen anders machen. Wir haben sozusagen nur drei Leben, um dreimal richtig zu raten, um das Wort komplett zu erraten. Wenn nicht, gehen wir ins Nächste und kriegen alle keine Waffen, Freunde. Mitarbeiter sind Kalle und Ohrmann, Freunde. Schauen wir uns wieder bis zum Schluss. Nochmal Kuss geht raus an Joschka und Pappteller für die Map und wir gehen rein. Let's go! So, ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Ich muss hier irgendwie so eine Dings aufheben. Die muss ich dann nehmen, dann muss ich dann schießen. Dann komme ich hier rein und kann jetzt ein Wort auswählen. Ja, wir hätten auch einfach ein Portal machen können, Joschka. Das wäre auch gut. Oh, das funktioniert nicht. Wer hätte das gedacht? Ah, wer hätte das gedacht? Super! Ah, es funktioniert doch. Ich war zu dumm. Okay! So, hier können wir jetzt auswählen, welche Wörter wir nehmen wollen. Dementsprechend muss keiner von uns das Wort wissen oder aufdecken. Und wir machen das so, wie gesagt, dass wir drei Leben haben. Wenn es bis dahin keiner geraten hat, ja, also wenn Kalle jetzt zum Beispiel dreimal falsch geraten hat, wir noch nicht, sind wir natürlich weit, machen wir natürlich weiter, bis alle drei Leben verloren haben. Wenn es keiner rät, kriegt keiner Waffen. Dafür haben wir jetzt ein paar mehr Wörter eingebaut, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir machen Scoreboard. Junge, durch irgendeine Skin-Contest-Aufnahme habe ich es wieder nicht, Digga. Junge, wann kommt P? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Hey! Ready? Let's go! Oh, Odomann hat eine 10, Kalle eine 9 und nicht eine 6. Aber es ist ja andersrum. Dementsprechend fange ich an. Oder soll ich anfangen? Oder wie willst du das sehen, Odomann? Weil der, der anfängt, ja, aber der, der anfängt, hat ja eigentlich einen Nachteil. Nein. Außer du errätst es instant. Ja, du sagst nein, dann mach. Oh, ich auch. Dann bin ich letzter. Kalle ist zweiter. Ich nehm E. Warum steht hier ein X? Achso. E. Das steht überall. Danke, Odomann, dass du als erster für uns die Wörter aufdeckst und das Wort sowieso nicht errätst und dementsprechend ich als Rittesdarm bin und als letztes mein Leben verlieren. Ich mach ein I, Alter. Los geht raus. I ist drin, I. Oh, I. I ist richtig, wir haben alle Waffen. Weißt du was, wenn ein I auch drin ist, ist ein C auch drin. Ja, wegen Scheiße. Wegen Scheiße. Wegen Zeiße. Okay, erstes Leben weg. GG, Noob. Kalle? GG, Noob. Ich sag N wie Nasenball. Was? Oh, falsch. Ich sag P wie Pompös. Oh, falsch. Ah, da haben wir ein Leben verloren. Ich sag M wie deine Mutter. Oh, fängt es mal mit D an, aber alles gut. Okay. B wie deine Mutter. Hä? Warte mal, Jungs, wir müssen ein bisschen chillig machen. Wir haben jetzt alle Leben verloren gerade. Ich sage, haben wir A schon genommen? Nee, ne? Doch, haben wir. Sicher? Nein, haben wir nicht. Wir müssen zusammenspielen. Wir müssen zusammenspielen. Ich sage A wie deine Mutter. Was? Alle nur noch ein Leben. Okay. Vielleicht müssen wir die Regeln ändern. Nein, müssen wir nicht. Wir ziehen das durch von uns. Ich sage K wie kein Geld. Keine Mutter. Oh. Oder du hast gesaved, Digga. Dein letztes Leben, ne? Du musst entspannt machen. Oder nicht entspannt. Du musst... Sag F wie Fisch. Feine Mutter. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Was? Was ist das? Scheiße Kaffee. Kaffee. Scheiße Kaffee. Scheiße Kaffee. Scheiße Kaffee. Scheiße Kaffee. Ich weiß nicht, was du lässt. Keine Buchstabe habe ich glaube ich noch. Ah, ich weiß es. Warte, 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 warte. Ich weiß es. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich weiß es. Ich muss kurz überlegen. Ich weiß es. Du nicht. Ich weiß es. Du nicht. Deine Frenzen. Ich sage... Uh. Wie... Uhrensoße. Nein. Was? Ist in der Soße Uhren drinne? Ja, das sind Uhrensoßen. Okay. Uhrensoße, du. André weiß es. Ja, das heißt, du musst jetzt richtig raten oder bist raus. Ich glaube, das letzte Wort könnte Koffer sein. Uh. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Reihe, äh, Koffer. Ja, Reihe. Reihe, Koffer. Reihe, Reine, Haar. Was für Haar? Reihe, Koffer gibt es nicht. Doch, eine Reihe, Koffer. Natürlich gibt es Reihe, Koffer. Das nennt man dieses... Also ich weiß nicht, ob das das richtig ist, aber es ist Laufband im Airport. Hast du ADHS oder so? Kannst du nicht einfach kurz stehen bleiben? Ich kann nicht! Reine, Koffer. Okay. Kennst du nicht? Wenn nicht, dann kriegt Udo mal keine Waffe. So dumm ist Reise, Koffer zum Spaß. Du bist so dumm, die Kacke wirklich, Kalle. Oh mein Gott. Wie ist dein Name, Kalle? Wie ist dein Name, Kalle? Sag es. Sag es. Timo. Okay, ich hab gewonnen, ich krieg die... Warte mal, soll ich die überhaupt haben? Kampfsturmgewehr, warte mal kurz. Ich hab gewonnen. Wir brauchen nicht mehr spielen. Ich hab den Kampf gewonnen. Krieg ich die Ska, Andrea? Wenn ich da... Ähm... Oh, ich darf entscheiden, ne? Ja. Das ist der Entscheider. Der Errata bin ich. Der Erratas. Ich sag dir folgendes, ohne mich hättest du nicht erratet. Ich geb die Ska, Kalle, weil er scheiße ist. Geil. Egal, mit der fetze ich euch auch weg. Nimm Wort 11. 11? Ja. Okay. 11. Wort 11. Oh, Junge. Okay. Oh, Junge. Ich glaub, diese Disco-Disco sollte nicht so sein. Das ist ein Bug in Fortnite. Disco-Disco. Machen wir gleiche Reihe oder nicht Reihe? Komm, wir machen neue Reihen. Eine Reihe. Ich hab ne 3. Ich hab ne 12. Oder mal ne 3, Kalle ne 2. Die Kalle ist sozusagen eigentlich jetzt Erster, oder? Meine Logik macht doch mehr Sinn, oder? Okay, Kalle, du bist Erster, weil du bist jetzt der Erster. Eigentlich ja, ne? Odomar, komm, 1-1. Komm. 12. 0. Aha. Das heißt, Kalle Erster. Hä? Wieso Letzter? Ja, weil ich der Beste bin. Nein. Kalle ist dran, du bist dran, ich bin dran. Achso, ich bin der Witz. Ich mach eh wie Elefanten, beide. Ich hab ne 0, ich bin der Beste. Okay, Kalle hat schon mal das E rausgeholt. Oh, Kalle, Kalle. Kalle, Kalle. E wegen Elefant. Ich sag, I wie inkompetenter Odoman. Oh. Oh, du hast es gesehen, das Spiel hat dir nicht richtig. Stimmt wohl nicht. Odoman ist nicht inkompetent. Ich sag, L wie Elefant. Oh yeah, und es ist richtig. L-L-L-L. L-L-L. L-L-L-L. Ich sage, guck mal, das Ding ist, es ist immer ein Kuh drin. Ich schwör, immer, in jedem Wort, Digga. Scheiße. Wer hätte das gedacht? War doch nicht drin. Aber A ist immer drin. Nein, das ist immer drin. Ich mach auf Tryhard, Digga. Oh. Oh. Ah, L-L-L-L. Alle. Eile. Eile. Okay, dann ist auch safe ein T drin. Ja, wie. E, L und so ist T immer drin. Ja. Immer. Ah. Immer ist ein T drin. Okay, ich glaube, das ist eine ziemlich lange Lücke. Also ist da noch ein U oder ein O drin. Ich geh auf O wie Odoman. Oh yeah. Oh. Ole, 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 Ole. Ich sag jetzt auch noch K wie kein Odoman. Ja, oder K-P-Kacke. Oder K-P-Kacke, das ist falsch. Okay, ich sage, eine C-H ist drin. Ein R ist drin. Ach, hello. Deswegen sag ich C. Oh, guck, ich sag's doch, Digga. El-Scho. El-Scho-Papinomian. Es muss ein H sein auf jeden Fall. Wo ist das H hier? Oh mein Gott, ich kenn das Wort. H. Du kennst das Wort? Ich kenn das Wort. Okay, oder wir müssen Triad machen, weil ich bin nach dir dran. Okay, 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 du musst mir helfen. Ja. Cool. Ich weiß es. Ich sag, ich helfe dir nicht, Digga. Verdriss dich, Junge. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und lass dich einfach falsch rauchen. Ja, ich war's dir kurz halt. Kurz. Apfelschorle. Ah, 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 ah. Ist falsch. Ist so. Apfel. Das heißt Apfel, Chlorid. Apfel. Nein. Apfelchorle. Oh mein Gott. Chorle. Wie schreibt man Chlorid? Apfelschorle. Hä? Boah, da steht echt Apfelschorle. Ja, du hattest, du hattest falsch, Digga. Wo ist das R? Ist fertig. Chorle. Ich hab richtig Garten. Ich hab richtig Garten. Boah, zum Glück alle Müll. So. Müll, Müll, Müll. Obwohl, die ist nicht so. Also, es sind alle Müll eigentlich. Ich glaub, die Hebe. Hä? Und Andre, weil du Kalle gegen ihn hast, kriegst du Raygun. Ähre. Kalle, du kriegst die scheiße, scheiße, scheiße. Willst du tauschen, Kalle? Ja. Nein. Nein, dürfen wir nicht. Okay, wir gehen ins nächste Wort. Kalle, sag eine Zahl. Ich sag 19. Äh, ein Wort, eine Zahl. 19? Neun. Neun Zähne. Äh, wir gehen in Wort neun. Oh, hier ist ein Truck so, Unfall gebaut. Uh. Ich mach so automatisch so Unfall. Hm. Okay, jetzt fang ich mal an, weil ich hab noch nie angefangen, ja? Okay. Okay. Ich nehm E. E ist immer drin. Zweiter. Zwei Es, wie immer. Hm? Und jetzt ist das hier. Es ist Apfelschorle, Andre. Äh, äh. Doch. U ist auch safe drin. Nein. Ich bin drei, Kalle. Feier das, wie das immer kommt. Ich sag D wie Doris. Oh, das ist vielleicht echt Doris. Ich sag O für, oh du meinst Schmon. Doris. Ich bin dran. Ich sag A für A. Ja, warum nicht A, Andre? Meine ich doch. Oder Kacke. Ich sag N wie Nasebalk. Oh. Oh. Nasebalk, was lachst du? Das ist so, so ein, wie Frechdachs mäßig, du Nasebalk. Ah, hab ich noch nie gehört. Du tanzt auf der Nase rum, weißt du, so Frechdachs mäßig. Tanzt auf deiner Nase gleich rum. Okay. Nee, kannst du nicht, weil dann bricht mein ganzer Kopf, Digga. Okay. Ich lach I wie Innenkulturist. Äh. Äh? 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 Äh. Es ist doch drin, ne? Falsch, Kalle. Alles klar, falsch, ich bin dran. Äh. 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 Okay, Kalle, mach weiter. Äh. Ich weiß, das was ist. Das I popt so auf und so DING. Krass. Ideal. Ich sag B wie Bananenbrot. Oh. Oh mein Gott. Oha. Digga. Kalle macht hier Solo-Gänger. Ach, S wie D. Ich sag Bilderrahmen. Oh mein Gott. B. Oh mein Gott. Wo ist das R? Hier ist das R. Nicht im Ernst. Da ist falsch. Schade. Das heißt Bilderrahmen. Raumen. Men, Bilderrahmen. Oh mein Gott. Okay, ich wollte ja nicht mitspielen, alles gut. Wo sind die Waffen? Hier. Da. Iiiiiiii. Danke. Danke. Nein, nein, nein. Digga, der Unterschied. Was ist das für ein Schmutz, Digga. Auflade-Pump, beste Pump. Drachen-Odem, Digga. Okay. Dann gehen wir in den Next World. Drachen-Odem. Andre, welche Zahl willst du? Vier. Ich nehm die vier. Boah, wusstest du das? Es war so klar, dass du die vier nimmst. Es war so klar, dass du die vier nimmst. Wer will anfangen, freiwillig? Okay, bin ich zweiter. Guck mal, ich nehm heute mal was anderes, okay? Ja, okay, cool. Und es ist drin. Ich nehm ein W. W in den Chat. Jetzt musst du L nehmen, Kalle, wegen L-Chat. Okay, ich mach L in den Chat. Warum hören wir auf Andre? Ich weiß nicht. Andre, du musst Q nehmen, wie Kalle. Andre, du musst V nehmen für V-Mann. Boah, ich nehm U, wegen Unterhose. Schade. Okay. Ich bin dein Lass. Doch, wer macht das E, Digga? Wer macht das E, Kalle? Ich mach E, komm. Du bist, Digga. Es ist zweimal drin, Digga. Wieder zwei Stück, Digga. Weißt du, was noch zweimal drin ist? Ein I. Nächstes Hangman machen wir Freunden, dass E automatisch schon angezeigt wird, einfach. Ist so. Okay, ich sag A. Oh. Habt ihr das gedacht? Ä. Das ist ein Ä, glaub ich, oder? A-E. Ja, wer weiß es, Digga. Vielleicht auch A-E einfach. Ich sag N, wie Nasebalk. Hast du auch andere Wörter aus, Digga? Digga, dein Nasebalk ist halt echt immer drinne, Digga. Ist halt echt so. Ich sag S, wie Schlange. Oh. Uh. Oh. André, sag lieber P, bevor du das nicht verraten willst. Ich nehm G wie... Geiger. Oh. Egg. Egg. Eggen. 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 Was soll damit anfangen, Digga? Egg. 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 Ich nehm halt echt ne R, weil irgendwie kommt das mir am bekanntesten vor. Ja. Was soll das heißen, Egg? Ich sag ein... Guck mal, da muss ein O drin sein. Egon? Egon. Ich sag... Komm. Es ist richtig sag Y. Kalle ist so ein richtiger Egon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß es! Wer nicht? Oh mein Gott. Oh, Kalle, bitte. Ägypten. Ich hab sogar P gesagt. Und er sagt... Nee. Nimm kein P. Iiiiiiii. Da könnte ich gar nichts von haben. Du kannst von mir aus alles nehmen, Digga. Ohne Mann darf aufsuchen. Digga, ihr wisst ihr was ich mach? Ich mach den hier, Digga. Tschüss, Junge. Hallo? Ander, ich wünsch mir die Zahl 1. Okay. Haben wir schon gehabt. Was noch? Ich wünsch mir die Zahl 2. Okay, let's go. Ich nehm E. Nimm mal E. Okay, ich nehm E. Du fängst an. Ich fang an. Ich nehm E. Und E ist drin. Okay, cool. Warte, nimm doch gleich ein A hinterher. Das ist auch schon weg. Okay, warte. Ich nehm noch ein A. Ah! Du Mund, Digga! Ah! Ein I ist aber drin. Okay. I ist safe drin. I ist safe drin. I ist safe drin. I ist safe drin. Das ist ein O. Nein. O. Oh mein Gott. Popel essen. Ich sag ein P. Popel essen. Oh. Schade. Kein Popel essen, Digga. Das ist safe. Du bist dran. Okay, ich sag S wie. Also ich würd für Popel nehmen. Stugatz. Auch nicht. Okay, dann ist echt ein P wie Popel drin. Hä? Haben wir schon. Okay. Kann man eh nicht drücken nochmal. K. Komm. Komm. Komm Kaffee. Ah, da ist safe ein Herr drin. Ja, ja. Das war nicht das, was ich erhofft habe. Das bringt mir jetzt irgendwie nicht weiter. Aber. Oh mein Gott. Ich weiß es. Kontrolle. Ach du Vorsicht. Kontrolle. Was soll das denn? Oh mein Gott. Geil. Ich weiß nicht mal, was der Unterschied zwischen denen ist. Kauspistole, Kampfpistole und Diegel. Ah, das ist die geile. Ohne mal kriegt die Diegel. Nein, bitte nicht. Kalle die. Och Mann. Ich muss so machen, dass halt die Waffen, mit denen du was triffst, muss ich Kalle geben. Pisse, Alter. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt noch das letzte Wort und dann gehen wir in den Fight. Ich will die sieben. Kalle. Okay. Kalle sucht aus. Genau. Ich will die sieben. Okay, dann nehme ich die sechste. Oha. Oha. Ich sag ein P. Ich fange an. Ich nehme E. Oh mein Gott, das ist drinne. Wer hat es gedacht? Ich nehme A. Oh mein Gott, wer ist drinne? Der hat es gedacht. Oh, winne mein I. Oh, wer hat es gedacht, das ist drinne? Oh. Schade. Ich nehme mein H wie Hübschling. Ich muss das sagen, es tut mir leid. Piep das. Okay. Ich nehme ein K wie Kpkacke. Oh, Schäfer, das heißt echt so. Ich nehme ein T wie Thomas. Thomas, oh mein Gott. Seine Freunde. Deine Save auch ein N drinne, wegen Kante. Mein Baum, der Baum. Ah. Lack. Ich nehme ein B wie Baum. Ich dachte Baumteam, Digga. Das ist Deathmatch. Hier haben wir kein Dingsleben. Wir wechseln die ganze Zeit ab. Boom, boom, boom. Ich nehme D. Floris. Ich nehme F wie Florian. Ah. Ich nehme O wie Odoman. Oh, shit. Ich nehme R wie A. Ich bin gar nicht dran. Ich würde R nehmen, wenn nicht du wäre. Ich nehme S wie Schlange. Ich nehme R. Oh, richtig. Du kleiner Schmerz. Warte mal, ich weiß es schon. Ich auch. Spaß weiß ich nicht. Ich weiß es schon. Weiß es echt? Ja. Oh mein Gott, ich weiß es echt. Du bist dran. Ich weiß es echt. Ja. Ich nehme F wie vor. Ich nehme G wie Gurze. Ja. Scheiße. Kalle, weißt du es? Warte. Hä, was soll das sein? Grater. 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 Ich sag. Baby. Mal. Jetzt hat andere gewonnen. Ich habe den Joghack. Ich habe den Joghack. Den Joghack. Der Allerächte. Kackteller. Der Allerächte. Kackteller. Ich strahle. Okay. Jazzy. Fieso. Die nehme ich, Digga. Oder man kann R.A. R.A. Ja. Ist sowieso Müll. Will gar keine haben. Okay. Jetzt müssen wir rausfinden, wie wir in die Falten kommen. Hier ist ein Minigame. Oh. Lass machen. Oh. Errate den Ninjago. Ich sag, das ist Cristiano. So groß ist ein Block. Oh. Damit können wir zählen mit dem Objektumort. Ohne. 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 300. Nehmen wir meinen Platz gewonnen. Kalle kriegt die Probwaffe dafür. Kalle, du kriegst die. Okay. Lösung. Okay. Wir sind in der Fight. Also noch nicht, aber wir haben hier. Können die Teams auswählen. Ich gehe die vier. Ich gehe die zwei. Ah ja. Und ich habe die goldene. Oh. Wir haben ein Jagdgewehr bekommen. Oh. Will ich gar nicht. Wir haben keins bekommen. Willst du meins haben. Trau dich. Ah doch. Ich habe ein Jagdgewehr bekommen. Hier ist das. Funden. Ein Marktgewehr. Und damit kommst du auf den Markt oder was? Ja, ja. Kannst du Kartoffeln kaufen und Tomaten? Tomaten kaufen. Digga, wie groß ist die Map, Land? Ich bin Busch. Denn diese Pflanzen sind so OP in Fortnite, ne? Ich schieße irgendwelche Pflanzen ab, Digga. Oh du mein LK7, Mann. Hä? Was willst du, André, Mann? Ne, ich sehe nichts wegen den Pflanzen. Das ist das Problem. Oh, wilder Shot. Oh, es brennt alles. Es ist alles in dichten Neben gehüllt. Es ist alles in Feuer gehüllt. Hä? Irgendwann kämpft oder Mann da? Wie ein Kalle. Aber ich kann nicht schießen. Ich kann nicht richtig schießen. Bro, es ist so dumm, Kalle. Wirklich, du bist so dumm. Oha, Entschuldigung. Kalle! André! Ich bin so down. Ah! Ich stirb, Junge. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Kannst du mir aufheben, bitte? Nein. Ich bringe den mit. Ah! 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 So war das nicht abgemacht. Der Baum brennt immer noch, Junge. Er ist einfach Unendlichkeitsbrenner. Ah! Ich habe Schaden bekommen. Ah! Ich habe wieder Schaden bekommen. Ah! Ohne man ist Buschcamper. Ja, ohne man ist ein richtiger Camperino. Wo bist du? Lack Camperino? Willst du aufs Maul oder was? Digga, das ist schon unfair, dass du die Jagdgewehr kriegst, Digga. Ehrlich jetzt. Ist schon unfair, Digga! Ich habe extra eine coole Sniper gekriegt. Und ich dachte, das wäre der andere. Deswegen doof. Kalle, Tarnung aktivieren! Aber auch nicht. Werde alles niederbrennen, Junge! Werde alles niederbrennen, Junge! Ah! Ahaha! Kalle, du bist so dumm! Du bist so dumm! Scheiße! Er hat sich das größte Prop genommen. Ich habe einmal in seine Fresse geschossen. Das ist ein richtiger Kalle-Move. Es wird alles brennen. Und dadurch, dass alles unbesiegbar eingestellt ist, kann es nicht kaputt gehen. Es wird für immer brennen. Und ich habe gerade auf den Stein geschossen und ich habe gehofft, dass er brennt. Wie soll das passieren? Alles ist in dichten Feuer geholt. Ja, okay, Digga! Busch des Lebens! Ey, das ist so ein Zufallsprinzip, ob man trifft, Digga, durch den Busch! Kalle, du bist der Größte! Danke! Oh, man sagt, ich bin der Größte! Jetzt bin ich glücklich! Du bist der Größte! Hush! 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 Okay, wer Eiers hat, kommt jetzt Jagdgewerden los. Komm! Okay, komm! Aber es brennt alles! Egal! Junge, ich bin zu dumm, um das aufzuheben! So? Okay! Komm mit, wenn man muss! Ich brenne! Tzatziki 100! Oh, er hat echt getroffen! Das ist absolut mein Move, Digga! Er sagt, Kalle down, Digga! Ich habe ihn zweimal angeschossen! Oh, Andre down! Es war so sad, Digga! Es war so sad, aber Odom hat gewonnen, Freunde! Was soll man sagen? Ich bin einfach der Beste, Digga! Sag es einfach! Sag es einfach! Sag es einfach! Das war der Coolste hier! Sag, ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da! Wir sehen uns mal! Bis dann, ciao!